hallo und herzlich willkommen zurück zu trine 5 ich musste erstmal schlucken entschuldigung mit der verschnupften gameplayerin und und den coolen erklärte ich war eigentlich sagen dem ads männchen ep so wie du hier die ganze darum hüppelst vor allen dingen wieso kann ich nicht da hoch weil daneben ein ring ist vielleicht ich war gerade am überlegen welche taste ich drücken muss und du runter muss ich aber da kann ich nichts ja das ist blöd versuch mal drauf zu springen aber warum schwebt das nicht auf dem ich kann man kann nicht auf dem dinge schweigen ich halte es gerade nicht fest ich mach dir das ding kaputt wie wir damals auf diesen sumpfblasen geritten sind wer das noch mal scheiße wenn ich jetzt das falsche drücke nein ich wusste es was machst du denn da? ist das gewollt oder was? nein! hallo! äfft euch! ja ich dachte ich muss das unten aufmachen weil da auch so ein ding dran ist aber... anscheinend nicht natürlich kriege ich das so nicht hin äh... nein du schießt da nicht rauf! das muss aber irgendwie die kette auf jeden fall achso ich bin auch okay ach ne das muss beides mach das mal auf... ne das schwebt aber doch schon äh... kannst du das hier einfrieren bei mir? achso... wie ging das nochmal? den bogen an und die pfeile wechseln warte mal warum geht das nicht? kann nichts mehr machen? hä? hallo! ich kann mich nicht mehr bewegen was ist jetzt los? ach er ist im chat drin man ey was ist das für ne scheiße was macht der da? wie geht jetzt der frostfeil ich meine mit f war das nicht... ne f war nicht frost f ist feuer das testatur kann ich dir jetzt nicht sagen ich würde ja sagen i für eis aber ist feuer aber die muss aber vorher umstellen man ey was ist jetzt los? das heißt... nee dann nimmt er das hier auf der seite das wollen wir nicht äh... kannst du das rädchen anhalten vielleicht? wie wirkt das... nee rechts das rädchen? achso das ist ein pfeil... was war das? das ist ein pfeil der da unten drin steckt ich denk die ganze zeit was ist denn das? ähm... hast du das jetzt gemacht? ja ich hab so wild eingefroren und hier aber irgendwie passiert ja gar nichts wenn ich irgendwas mache hier warte mal jetzt ist das in der mitte aber... nee nee rechts hast du nicht eingefroren ja aber kann nicht so jetzt hab ich so rechts eingefroren und mach du mal ne kiste davor vor das andere das linke jetzt bei uns hier auf der seite ja und was bringt man das dann? man muss beides drücken wie soll das denn gehen? ja sag ich ja die ganze zeit das problem ist wie gesagt dass hier dinger oben im weg sind und ich kann rechts nichts produzieren und das ist halt... Eisen, keine Ahnung, also Eisen wahrscheinlich nicht aber... das ist mit irgendwas... Festen ist es da fest willst du dich da mal drauf stellen vielleicht? aber ich weiß nicht aber ich glaub zwar nicht dass da jetzt großartig was anderes kommt aber... ne ich komm ja... ich kann ja hinschießen aber das problem ist es geht nicht runter ja aber es fliegt nicht mehr das problem ist halt nur was bringt uns das weil... ah, was ist denn? ah, Moment hm? hier runter her, unten runter ich kann nur bis hier nein du musst es drehen dass es gerade ist ja jetzt und jetzt durchziehen ja ich kann nur bis hier es ist festgemacht von zwei seiten aber damit... doch das wird aktiviert, oder? jetzt mach den mal... mach den mal schwer ist der schwer? oder frier den ein oder sowas? geht nicht, kann ich nicht einfrieren ja und dass der nicht mehr schwebt? ne ich kann gar nichts einfrieren da dran du bist doch die ganze zeit zwischen schweben und nicht schweben das einzige was ich gucken kann... ne das geht noch nicht der darf nicht mehr schweben ja ich weiß was du meinst... das hat ja nichts mit dem einfrieren zu tun da musst du auf die kiste direkt drauf zielen Mann ja und jetzt? was ist dann? ne schwebt immer noch ich weiß noch nicht was du jetzt von mir willst ja der darf nicht mehr schweben ja ich kann es aber nicht verhindern man wie soll ich dir das sagen ich kann es nicht verhindern dass er schwebt was ist denn wenn du das oben einfrierst wenn du das mit der kiste nicht hinkriegst welches? welches? was ist für dich? welches oben? links, rechts? welches? natürlich das rechte das rechte ist eingefroren das bringt nichts das rechte bringt nichts eingefroren das brieh das mal ein das ist eingefroren die EU nicht dann lass bitte los ich kann da nicht hitschießen wenn die kiste da vorne ist so, da es ist eingefroren ich kann es dir ja zeigen wenn ich den nicht einfrier dann ist es nicht mehr eingefroren nö also es ist definitiv nicht eingefroren weil das ist immer noch nicht an da oben ich habe es ja auch wieder jetzt hast du es auch so doof dahin jetzt hast du es so blöd gemacht dass ich es nicht mehr erschießen kann die muss hier vorne sein zumindest ja aber dann kannst du da ja nicht ran dass es vernünftig ist doch ich kann komm aber so an den oberen nicht ran weil die kiste das ablenkt warte mal ist das jetzt nee das ist jetzt auch am hä? ja es ist eingefroren aber das bringt uns nichts es muss beides gedrückt sein das ist das Problem ja das sag ich ja schon die ganze Zeit deswegen habe ich das ja gerade so versucht von dir kommt ja gerade nichts ich kann es wie gesagt nicht drücken ich kann es nur ziehen und beim ziehen ist es halt so hör mir doch mal zu kannst du bitte mal auf dieser Seite den Würfel oben an das Ding drücken damit das hoch gedrückt wird dann würde ich das einfrieren da oben kann ich zum zwanzigsten mal machen bringen wir uns noch nichts aber nicht da direkt vor nein das ist zu nah kannst du das nicht seitlich dagegen nehmen? ne kann ich eben nicht das ist ja auch nicht so geplant ja jetzt lass den los ok jetzt ist das gedrückt eingefroren so hatten wir es nämlich noch nicht das Problem ist ich muss jetzt einen Feuerfall oder was nehmen aber dann ja wenn du einen Feuerfall dann ist ja alles wieder im Eimer wo hast du denn jetzt getroffen? ja auf der anderen Seite den Schalter der war ja nicht gedrückt worden ja aber den kannst du doch nicht mit einem Feuerpfeil dann befestigen hier hast du noch so ein Ding da dann steh dir das nochmal da rüber ich mach das dann alles von hier oben aus der ist schon mal eingefroren ich glaub nicht dass das so gedacht war aber das ist auch gut ja doch du musst jetzt einmal das Winkel Ding um auf das Rohr damit du auf die andere Seite kommen mach das mal hier sind doch die Rohre das Rohr bitte da drauf ne ne aber nicht so ach da sind zwei ich komm wie kann ich das so so ganz war das jetzt nicht geplant aber komm wir mal hier raus so aber das ist zu lang oder wenn ich das da dran mache ich kann höchstens das zweite dann damit machen man merkt das so nicht gut bis in Koro verlegen nicht deine Disziplin das ist nur so ein Endstopfen ne genau hallo das Problem ist dass das wie gesagt nicht passt von der äh Minute eins krieg ich jetzt natürlich noch oder warte mal kann ich nicht eventuell kannst du die Platte hin machen warte mal mach die Platte mal davor bei beide ne okay kann ich nicht da muss ich das so machen wie ich es gedacht hatte ähm warte mal ich wollte nämlich das hier jetzt ran machen ja hallo was ist jetzt los ja du hast hier unten abgemacht das Ding hier ne du hast dich bewegt und auf einmal ist das Ding runtergekommen was ist das jetzt oh dann schieß mal wirst du über dir war doch noch was oder noch nicht war da oben nicht was ja doch da oben ist noch was ja doch aber da ist noch viel mehr ach du scheiße ich noch eins da ist noch viel ach warte mal kommt mir seltsam bekannt vor wir kennen diese Stadt ich dachte da kann man drauflaufen und ein verfluchtes Herz ach ja die guten alten Seiden toll das reagiert jetzt schon wenn du an das Seil dran gehst oder was willst du mich jetzt hier und versuch da mal so hoch zu springen mal warte mal warte ja ja Mhm. Du weißt aber, dass da rechts noch was ist, ne? Man kann nicht reden. Warte mal, in die Seite? Nee. Nee, das geht nicht. Oh, die... Ey, wieso hält das dann nicht? Hä? Kann ich das jetzt hier? Nein! Doch. Lalalalalalalala, das klappt überhaupt nicht, weil das ist Epis Konstruktion. Äh... Wir müssen beide auf die Seite und da muss ich kein schnell rüber, weil ich bin wichtig. Ja, super. Wenn du natürlich blockierst, dann geht das nicht. Ja, aber es dreht sich ja auch nicht, das Ding. Nee, kann ja nicht sein, wenn du da dauernd rumläufst. Hm. Ja, so funktioniert das nicht, wenn ich kein Gewicht hab. Wo würdest du Gewicht sein? Anstrengen. Weil eben war nämlich hier richtig Schwung. Na gut, wenn du da natürlich die ganze Zeit nur rumstehst, geht das nicht. Ähm, ich könnte... Ich könnte... Nein! Du warst... Mh... Mann! Boah, Alter, ist klar, dass ich da jetzt wieder runterfalle. Das Ding war gerade so schön im Flow hier. Hallo? Kannst du nicht zwei von den Vierecken machen? Das ist einfacher, da kann man hochgehen dran. Kannst du den Ball mal wegmachen und da ein Vierecken machen? Ähm, nee. So kann ich jetzt nicht tauschen? Hallo? Oder geht das wegen dem Ding jetzt nicht? Hä? Nö. Keine Ahnung, warum der das jetzt nicht mehr tauschen will. So geht's aber auch. Ich dachte, dann geht das andere weg. Mh... 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 Danke! Was machst du denn? Ich mach nix. Ja! Wie wär's, wenn wir das so machen? Wir sind ja... Was war das denn jetzt? Hä? Was ist der Weg? Alter! Wieso geht's ja mal weg? Wollen die das nicht? Du musst es von oben drücken. Nein, so kommen wir hin. Da! Ist schon wieder weg! Sobald ich über eine gewisse Grenze drüber war, ist das weg? Drück mal gegen den... Drück mal bitte gegen den anderen Viehäck hier. Nicht so rum. Nicht andersrum. Oder so, ja. Aber das geht nicht. Der andersrum sollte drücken. Ja, du musst auch schon da drauf stehen. Sonst klappt das natürlich nicht. Von oben runter drücken. Von oben... Stell dich doch jetzt erstmal da drauf, damit du überhaupt springen kannst. Ach... Dann ist der Flo natürlich wieder weg, wenn der Epi da einmal drauf drückt. Hallo! Wieso geht das jetzt hier weg? Boah, ich kann das nicht hochdrücken. Willst du mich verarschen? Hä? Wieso kann ich das nicht hochdrücken? Nein, das geht doch nicht. Nee, echt? Och, wieso ist der jetzt hier abgekönnt? Den hab ich gar nicht angesehen. Nein! Ähm, du könntest aber... Nein! Links ein Seil hinmachen und das mit dem rechten verbinden. Nein! Wieso geht der immer runter? Ja, so geht's natürlich nicht. Das Problem ist, du hüpfst immer im Weg rum. Dann kann ich das Ding nicht mal bewegen. Warte mal, ich will mal was probieren. Mach mal nix. Hä? Wieso kann ich keine Eisweile hier benutzen? Na jetzt? Was willst du denn mit Eisweilen? Aber ich kann doch nicht einfrieren. Doch. Doch schon. Oh, ne. Geht nicht. Mach mal wieder weg. Wie wieder weg? Ja, das Eingefrorene, mach das mal weg. Weißt du denn? Das Eingefrorene. Ach, das ist Eingefroren hier, ne? Ach, das ist Eingefroren hier, ne? Ja, das ist Eingefroren. Ja, natürlich muss der den dann runterhauen. Ist ja zu viel verlangt, wenn man das Ding einfach draufstehen hat, sodass man sich draufstellen kann. Oh, Zauberer, ey. So. Kannst du da mal ein... Jetzt wär das hoch drücken, oder? Ja, mach mal ein bisschen rüber. Hallo, warum kann ich jetzt nicht mit? Ach so, dann geht das unten auf. Warte mal. Ja, das ist los. Ne, ne, jetzt kannst du hier was drauf bauen, genau. Doch. Noch einen? Kannst du noch einer drücken? Kann ich. Will ich aber vielleicht nicht. Ich weiß es auch noch. Und was haben wir jetzt davon? Da unten ist was. Ach, du musst das unten holen. Tschüss. Und wie komme ich jetzt da hin? Haha, ich kann das nicht. Ich hab keine Ahnung. Äh, oder muss ich dich vielleicht... Warte mal. Ups. Ich wollte eigentlich den Typen hier austauschen. Äh. Äh. Ich kann den Deckel zumachen, aber... Ich bezweifle, dass uns das was bringt hier, oder? Mh, mh. Ich brauch vor allen Dingen... Äh, lass mich mal eben wechseln. Mh, mh. Äh, wie war das jetzt mit den Pfeilen? Ach so, rechts. Nein? Ich brauch trotzdem jetzt den Zauberer. Ach so, sag doch, dass du den wieder brauchst. Aber hier ist... Warte mal. Hä? Äh, du kannst einfach oben wieder nach links zurückkommen. Warum? Weil ich hier auch stehe. Wir müssen das Ding hier mitnehmen für vorne. Hä? Hä? Warte mal. Jetzt ist oben das Ding aufgegangen. Hä? Oben ist jetzt das Loch aufgegangen. Ne, das Loch war ja eben... Hier ist es jetzt gerade auf... Oder... runtergegangen. Huii! Juhu! Okay, du kannst dich da runterharmeln. Die Frage ist, bringt uns das was? Kann man da sterben? Nö. Oh! Aber hier schießt irgendwas. Das war ich. Ne, ne, hier rechts war irgendwie... Kam gerade... Oder? Ach so, das ist das abgelenkt, meinst du? Aber wie kann man das hier aufmachen? Boah, ich bin so schön. Weiche von mir, böser Geist. Ähm... Das kannst du wahrscheinlich gar nicht. Oh, hier tauche ich denn jetzt? Entschuldigung. Ich kann nicht tauchen, weil der mich nicht drehen lässt. Na gut. Aber ich denke mal, wir müssen rechts rum. Ja, aber warum kommen wir da hinten nicht? Ach jetzt? Wuhuhu! Warum kann ich keine Spoilerpfeile benutzen hier drin? Oh, ich kenn den da oben schon. Wer hat denn diese scheiß Kucke hier reingelegt? Hast du den Schalter umgelegt? Ja! Entscheiden nicht. Und warum machst du den jetzt wieder zurück? Ich kann nicht. Ja, was bringt uns das? Ja, warte mal, komm mal mit hier hin. Ich glaube der hier oben ist. Jetzt. Nein, das sind wir noch nicht. Hä? Ich weiß aber nicht, was du möchtest. Ja, das wenn dann... Oh, egal. Ist ja toll, dass das jetzt da rausgekommen ist. Und? War das jetzt nur, wenn wir zu zweit dran waren? Oder war das auch, wenn wir nicht alleine drin? Ne, ist auch alleine. Mach jetzt nur mal den Hebel. Ach, dann geht das trotzdem? Hat das jetzt irgendeinen größeren Sinn und Zweck? Ähm... Und oben das, wo wir dranhängen, das macht doch nur das andere auf und zu. Dachte ich zumindest. Oder die sind anscheinend so zusammen. Man muss pumpen. Das andere kannst du auch nicht einfrieren, wie dieses Ding. Nur diesen Klotz da, ne? Warte mal, warte mal, warte... Das hier oben ist eingefrieren. Ne, da muss da was. Ach so, ach da ist noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Boah, was ist denn? Warte falsch. Ja. Aber ich kann das nicht einfrieren da oben. Ich hatte eigentlich... Jetzt hast du... Ich hatte... Aua. Wieso geht das nicht hoch? Was ist jetzt los? Ich hatte eigentlich den Plan, dass ich das Ding hier zurückhalte. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Was ist denn, wenn ich jetzt im Hebel bin? Dann geht das zu. Ja, jetzt friere mal ein... Was ist das da? Kann man das eigentlich? Ne. Das wird weggestoßen. Kannst du mich veräppeln? Aber der Hebel, das nützt dann nichts mehr. Das geht dann nicht mehr zurück. Was macht der mit mir? Ich bin müde und dann solche Rätsel. Das geht doch nicht. Also wenn du das Ding nach rechts hast, dann geht das andere auch nach rechts und wenn du das Ding nach links hast, dann geht das andere auch nach links. Na. Na. Aber du kannst da auch keinen... Was ist denn... Wenn das jetzt einfrieren ist? Ey, du kannst es einfrieren, aber da haben wir nichts von. Es ist nie mehr eingefroren, oder? Doch. Ah. No. Äh, warum fährt das dann... Achso, weil das andere frei wird. Achso. Okay, warte mal. Lass noch mal los. Achso, ich muss den Schalter aufnehmen. Ähm. Lass mich mal runter das Ding. Ja. Aber wie soll ich da hoch? Wie soll ich da hochkommen? Warte mal. Warte, 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 warte. Wir haben es doch eigentlich. Wir müssen doch nur... Lass doch mal. Ja, lass mich doch. Warte mal. Wie geht's? Das ist doch schon offen. Ja, ich will doch da hochgehen, oh Mensch. Warte doch mal. Du musst doch irgendwie da hochkommen. Ja, deswegen sollst du mir warten. Nee, ich warte nicht. Ich geh mit den... So, brauchst du einfach nur hochzuspringen. Boah, ich wusste, der ist die Hut. Ich geh zurück ins Heimat. Ich wusste es. Deswegen hab ich auch gewartet. Aua. Ich hab mich geopfert für dich. Ja, ja. Warte, ich warte hier extra. Oh, ich befürchte das Schlimmste. Wir müssen das peu à peu machen. Boah, das war aber knapp gesetzt. Uh, ja. Wenn ich nicht so Job-and-Run-Skills gehabt hätte, dann wäre ich... Du weißt schon, dass du oben einfach mit der einen rangegangen hättest gehen können? Da war ja so ein Ring. Nein, ich hätte... Ich hätte nicht gehen können, weil gehen können kann. Du hättest dich da hangeln können. Da ist doch so ein Ring. Kann ich auch nicht. Aua. Okay. Und jetzt müssen wir erstmal einen Umwind stellen, denke ich mal. Moment, ich nehme mal eben was dick rein. Du kannst jetzt hier nichts trinken. Wir müssen hier weitermachen. Auch Helden müssen mal zwischendurch was trinken. Ja. Würde ich auch gerne. Aber ich spiele die ganze Zeit mit meiner rechten Hand. Da kann ich nicht zum Trinken greifen. Warum spielst du denn? Du sollst spiel doch mit der Linken. So, die Frage ist jetzt nur wie... Äh... Kannst du... Ne, einfrieren kannst du es auch wieder nicht, ne? Oder kannst du es da drüber einfrieren? Aber ich konnte doch was nicht einfrieren. Warum konnte ich das nicht mehr einfrieren hier? Warum machst du das eigentlich nicht? Ich denke nicht, dass es geht, aber... Nein, das geht nicht. Jetzt geh doch einfach da drauf, Mann. Oh, also hatte ich wieder recht. Einmal mit Profi spielen, ne? Das wäre echt super. Ich kann das oben blockieren. Oder ich könnte uns so Brücke machen. Ich glaube, das ist dann einfacher. Nimm das da und mach das da drauf und wir brauchen das hier. Ja, und dann? Wir brauchen das zum Hochgehen. Danke. Vielen Dank. Was machst du immer? Ja, du hast das gemacht. Ne, du springst da jedes Mal gegen und dann ist es weg. So. Ah, ah! Du bleib weg, ich will dich nicht auf meiner Plattform haben. Und dann? Ne, wir wollen ja runter, deswegen. Tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Voll mit dem Kopf voran. Sah auf jeden Fall sehr künstlerisch aus. Aua! Mann, was machst du da? Ich brauch so ein Ding. Ja, danke. Jetzt komm ich nicht mehr da durch. Was denn? Ja, natürlich. Das geht doch die ganze Zeit hoch. Das funktioniert natürlich nicht. Oh, warum bin ich jetzt da oben wieder, ey? Ja, ich glaub nicht, dass das so... Oh! Nein! Ne, nicht wenn du runterrollst. Du musst nur schnell laufen. Da, siehst du? Ja, das Ding hab ich, aber es bringt uns nicht sehr weit. Hä? Was denn jetzt? So. Na, 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 na. Oh! Du sollst ja da rüberspringen. Dafür war das ja eigentlich gedacht. Bin da und du? Ähm, ich weiß nicht, wie ich rüberkomme. Hui! Bin auch da. Interessante Aussichten auf den Meeresgrund. Äh, Pfeil oder Dagegenlaufen? Ne, warte mal. Wir müssen noch dieses... Ach, oben! Oben ist dieses Explosivteil da. Wie kriegen wir das jetzt da raus? Oh, nein. Ich spreng das nicht. Ach so. Hä? Ich denke, die Dinger kannst du nicht sprengen da oben. Äh, und jetzt? So, da müssen die jetzt irgendwo... Hast du es kaputt gemacht? Nein, mach mal den Fahrstuhl hoch da. Ne, und dann? Da kommt was raus. Ne, doch nicht. Ich weiß nicht. Ne, du hast es kaputt gemacht. Also hier muss ich irgendwas machen mit diesem rotierenden doch hier. So war das nicht gedacht? Ich komm da nicht hin. Hallo. Ist das mein Problem, wenn du da nicht hinkommst? Du bist so zappelig, du kannst ja noch nicht mal... Ach so, da hinten. Mach das mal hoch jetzt hier. Und dann? So, ich bleib... Kann ich da nicht drauf da oben? Ja, weil die Dinger zu tief sind. Dann kann ich da zu tief sind. Dann kann ich da zu tief sind. Kann ich da nix einfrieren? Nö. Kannst du über mir irgendwas? Ne, ne? Nö. Ich denke mal, das ist vielleicht auch dafür gedacht, dass man... Äh, warte. Jetzt bist du doch oben. Das geht mit sich. Oh, was war das? Äh? Warte mal. Warte mal. Lass das mal runter, dann werde ich... Ich halte das fest, so. Und dann? Sonst hast du was. Schön. Ach so, ne, ich muss den Typ wechseln. Warte mal, warte mal. Äh, heb das nochmal an. Ach, das Ding muss gedreht werden. Ja, das habe ich dir die ganze Zeit versucht zu erklären, aber... Ja, warum sagst du denn nicht, dass du das mit dem Stierkopf meinst? Du musst die Bogenschützin sein. Ja, das weiß ich. Ich, ich geh mal lieber hier hinter. Ich kenn dich ja. Ich geh auch. Ich geh mal auch lieber hinter. Ich kenn dich ja auch. Oh nein, ich bin fast... Hilfe, Hilfe! Ich hab's gar. Oh, ich bin runtergefahren. Oh, wo bin ich? Hilfe! Oh, der ist auch im Wasser. Schade, dass man die Klappe nicht zumachen kann. Hallo! Sollen wir ihn reparieren? Dann mal rein da. Ja, gut, ich geh mal rein. Ja, stopp, 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 bevor du da jetzt reingehst und reparieren, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Nein. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge, damit's nicht zu lange wird. Cut, cut, cut. Ich will die Cut. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.